Liebe Weinfreunde, ich bin Özlem Mesmer und heiße Sie bei uns im Weinhaus herzlichst willkommen. Wenn Ihnen der Genuss von Wein am Herzen liegt, sind Sie bei uns genau richtig. Erleben Sie in diesem Haus des Weines alles mit und rund um den Wein. Wir identifizieren uns mit unserer Heimat und unseren Weinen. So haben wir auch unser Weinhaus gebaut. Neben den eigenen Weinen vom Weingut Mesmer können Sie bei uns auch den Rebsaft einiger Kollegen und Freunde verkosten. Wenn Sie Ihre Neugier geweckt haben, dann kommen Sie. Wir freuen uns. 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 Wir freuen uns.